so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal wir spielen heute monster world version 1.0.13 die preview ich habe gerade schon ein wenig gespielt eine runde ich hatte gute karten aber ja dann sind wir doch haben wir doch verloren wir werden jetzt noch mal spielen bei der letzten aufnahme habe ich im nachhinein anschauen gemerkt dass der ton nicht gestimmt hat die musik war zu laut aber man könnte sie hören dieses mal also jetzt gerade im moment hören wir gar keine musik und beim letzten mal waren die grafiken etwas verpackt und die texte wurden nicht angezeigt zur beschreibung der karten das ist jetzt besser ich habe es behoben und wir fangen gleich noch mal an und es packt auch nicht einfach so also es läuft einigermaßen flüssig natürlich gibt es flüssigeres so muss ja nicht schreibt tipps gerne in die kommentare wenn ihr welche habt wenn ihr das spiel schon selbst gespielt habt oder so abflord ist ein deutscher also bedeutet er könnte unter umständen dieses video sogar sie ich werde ihnen das auch noch mal zeigen ihr anschreiben wir kennen uns jetzt wir kennen uns nicht persönlich aber ich werde gucken dass ich ihnen das mitteile dass ich im video gemacht hier sieht man schön die beschreibungen der ganzen karten und das war bei einer anderen version nicht so also das sind das hier sind wir das sind die gegner hier sieht man den namen das ist der blog von den gegnern bedeutet ich muss jetzt erst vier von diesen schilden hier weg bekommen damit ich seine lebenspunkte direkt angreifen kann das ist eine ein effekt den er gerade hat und wir und das hier ist unser mana und das sind wir das sind die verschiedenen fähigkeiten die wir haben hier oben und es gibt auch ein level system also es ist für den scratch editor echt gut gemacht finde ich solltet ihr euch auf jeden fall mal angucken es ist kein fehler also ich hatte gestern schon 30 minuten aufnahmen wir haben auch direkt ein level up erreicht ich empfehle euch immer am anfang den intellekt zu nehmen da kann man zum beispiel sechs gift auf den gegner machen dann hier fünf block und zwei energie das hatten wir also das hatte ich beim letzten zug es ging aber ich fand das besser ich habe das nämlich schon mal gespielt das ganze spiel und ja ich finde das einfach besser dadurch das gift eine sehr starke eigenschaft ist das jetzt noch fünf züge lang hält bedeutet er bekommt noch fünf züge lang schaden und danach würde ich euch vielleicht eine aura empfehlen ja welche nehmen wir das relativ stark aber es kostet auch einiges also dafür dass es eigentlich nur die letzte attack kapiert kopiert ist es relativ viel und eigentlich müssen wir jetzt nichts mehr machen wir können die türen den zug beenden und jetzt ist er weg ich denke wir nehmen ihn hier weil dann können wir für einen zug geben unseren letzten zug für null energie kopieren und wenn man einen starken zug eingesetzt hat wie zum beispiel der gute slash ist jetzt nicht stark aber jetzt konnte ich ihm noch mal sechs schaden machen ohne dass ich einen punkt ausgegeben habe oder zum beispiel hier mit dem frost dann den dann die verteidigung dann den aqua burst den slash und dann können wir den slash gleich noch mal machen gut ich hätte jetzt vielleicht eher den aqua burst nehmen sollen den ich kopieren sollte aber es kriegen wir auch so ich weiß nicht glaube wir kriegen ihn ja wir ja wir kriegen ihn mit dem shadow partner kriegen wir ihn dann doch noch also ihr seht es bringt etwas sich das zu nehmen danach würde ich eine attacken karte verwenden die hier ist einigermaßen stark dass sie ist immer noch besser noch besser noch besser dann noch ein skill das hier ist gut weil da können wir uns regenerieren das andere war glaube ich auch gut aber nicht so gut den shadow partner kann ich leider nicht nehmen auch wenn der echt wirklich wirklich praktisch ist hier nämlich die regeneration dann kriegen wir für die nächsten sechs ne für doch für den nächsten zu beim anbruch des nächsten zuges bekommen wir und das jeden zug erledigen erledigen wir mit frost ein schild verwendet und ihn noch vergiftet weil gift schlägt durch die panzer um und zerstört diese glaube ich sofort bedeutet bei gegnern mit viel panzer um die wir im nächsten kapitel sehen ist das wirklich nützlich jetzt können wir sogar verbänden und er stirbt wieder durch den durch den gifteffekt hier haben wir auch wieder volles leben bedeutet wir können direkt in den shop ein hammer sehr sehr gut weil der erstellt den ganzen block von einem gegner ebenso glaube ich wie die wie der das gift und macht dann noch mal acht schaden das ist gut ich denke wir nehmen das hier zwar oder wir nehmen jetzt haben wir drei random fähigkeiten von dem von denen ich eben jetzt nicht weiß was sind hier er hier er hat gleich 30 aber und das verliert er nicht jedes jeden zug behält er diese aber erst mal blocken okay das ist immer gut weil da bekommt man kostenlose kostenlose fähigkeiten und wir haben schwäche schwäche kann hier echt sehr gefährlich werden und hätte ich das hier vorher genommen hätte ich jetzt nicht bekommen ok es kostet nichts also ok das bringt uns gar nichts er von ihm hin bekommen wir energie für jeden gegner mit frost und von ihm bekommen wir macht er schaden für jeden frost aber ich denke wir nehmen ihn hier er macht drei dreimal zweimal drei schaden aber den schaden müssen wir sein stecken den müssen wir eigentlich verwenden den auch aber zuerst ihn hier dann noch den frost und ich weiß nicht ob ich mache es wird uns zwar jetzt ordentlich lebensenergie kosten aber zum einen habe ich jetzt die heilung dann bekomme ich noch stärke kann ihn hier noch vergiften bedeutet er stirbt jetzt sofort und er bekommt auch noch schaden und wir haben uns gehalten ich denke ich nehme wieder eine aura das ist weiß ich nicht das hier ist am besten glaube ich und dann nehme ich noch einmal attack den haben wir schon das könnte gefährlich werden das hier aber wir nehmen es ok er macht neun schaden und dann bekommen wir ihn hier weg was ok jetzt haben wir ihn weg und haben den schaden reduziert ich will ihn einfach mal ausprobieren jetzt hat er drei frost bedeutet wir können auch mit frost attacken noch ein bisschen was machen die können wir jetzt alle ausspielen bis auf eine und dann verlieren wir einen frost aber einen block aber da wir keinen block hatten geht das wisst ich den hätten wir besiegen können aber gut ihn hier stören wir mal und zack ich hoffe es kommt bald ein heiler weil die sind die sind fies ich hoffe es war jetzt gut weil wir müssen relativ viel schaden gerade einstecken wieder acht schaden also wenn jetzt nicht bald irgendwie dass das ende kommt dann ist das schlecht für uns ich vertraue jetzt mal darauf dass es geht nicht durch die deckung ich dachte es geht durch und ich hätte noch was einsetzen können also es war ein schlechterer zug er macht auch noch neuen schaden kriegen wir niemals alles geblockt und wir haben mal wieder verloren ich denke ich beende die aufnahme hier startet dann wahrscheinlich gleich nochmal eine aber ich will mir erstmal die angucken und im eventuellen fall dann ein bisschen was verändern